Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Drennenbude. Willkommen zur nächsten Folge des Pokémon TCG Adventskalenders. Der Dezember wird zweistellig, heute am 10. Heute gibt es das letzte XY-Pack, bevor wir zu Sonne und Mond übergehen. Wobei natürlich einige Stunden der Wächter-Packs und auch einiges von Sturm am Firmament noch da ist. Aber vorher mal gucken, ob ich noch eine letzte EX ziehen werde, bevor das nicht mehr geht, da sie durch GXs abgelöst werden. Ich bin auch gespannt, ob ich in diesem Adventskalender eine Rainbow oder sowas krasses ziehe. Wanderdicken, der Dramatische Professor. Ein Bob! Das ist ein Bob! Hör mich mal, hallo. Leider kein gutes Ende. Zwei Packs von Noon mal Sonne, Mond gehen heute aber noch. Ich weiß, dass die Folgen nicht gerade langsam, aber ist doch ganz gemütlich eigentlich, oder nicht? Soll ja auch nichts riesiges sein, sondern einfach ein... was... Ey, ey, heute soll ja auch noch eine besondere Karte dabei sein. Vielleicht auch endlich in der 10. Folge den Trend beenden, dass wenn nur eine Rare drin ist, dass es keine besondere sein kann. Diesmal ist Diktor in der Alola-Form, wie Tag der Snubbull. Genauso guck ich auch, wenn hier nichts drin ist, ähm... Professor Kukuri, Golbert, Gewayer und... Fischgesicht. Das letzte Pack für heute wird diese Folge eine Enttäuschung. Genauso wie ich. Es sind zwei Rares. Ein Snubbullet-Cat, ein Robberl. Robberl finde ich persönlich einen sehr coolen Starter. Vielleicht den besten der Gen. Du Kano ist immer gut. Du bist ein Trump. Ähm, du bist ein Käfer. Ein Wingul. Und... Ein Rabigazor-Reverse-Rare trifft auf Prima-Rene-GX. Jawohl. Doch noch was Gescheites. Blasenbiet, brausendes Meer und gewaltiges Echo-GX. Oh, heile. Alter, heile bei allen deinen Pokémon jeden Schaden. Hat ja doch noch ganz cool geendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Der Dezember nähert sich der Halbzeit.